Herzlich Willkommen bei S21-BauTV. Wir sehen hier den Beginn der Nordbahnstraße und stehen in der Wurfbahnstraße und schauen auf die entschalten Stützen der neuen Brücke für die U12. Sehr schlanke Bauweise. So wie die gesamte Brücke schlank gehalten wurde. Die Wurfbahnstraße selbst ist hier gerade vorbereitet für die Asphaltierung. Wir haben schon öfter berichtet über diesen Fußgängerstreifen und über die grünen Flächen. Das ganze Projekt geht hier Richtung Ende. Die Wurfbahnstraße ist hier. Die Wurfbahnstraße ist hier. Große Fassadenteile vom Milaneo sind schon abgeschlossen. Einige Gerüste noch vorhanden. Baufbahnstraße ist hier in der Kast Wingüller. Und dann wird der Kast Wingüller mit Kast Wingüller anbaut. Das war ein paar Wurfbahnstraße. Hier ist der Kast Wingüller. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR mediagroup GmbH im out WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im out